Zur Lagerung von Aluminium und Stahlteilen steht eine Fläche von mehr als 8000 Quadratmetern zur Verfügung. Für unsere Kunden unterhalten wir ein Kommissionslager, wodurch eine Auftragsabwicklung auf Abruf möglich ist. Dadurch wird eine ausgefeilte Logistik ermöglicht, Transportkosten reduziert und Lieferzeiten verkürzt. Im Rahmen unseres Tubenplanes werden viele unserer Kunden von unserem eigenen Fuhrpark beliefert. Sicher, schnell und reibungslos gelangen auf diese Weise Ihre Teile zu uns und wieder zurück zum Kunden.